Wir sind Alain Walter, ich bin Künstler-Administrator und wir sitzen hier im TIS, den ich im Kader für 1.22 Design tun und voilà. Der Projekte ist im Funkanstand, ich denke, ich habe einen Kader für den 1.22 und den TIS und ich bin froh für ein Design zu machen, den auf 10 Bussen vollkommen. Das Thema ist im Funkanstand, man hat verschiedene Merkmale aus dem Minat abgegriffen, wie die Minen, den Cartier Italia, Johnny Chicago oder verschiedene Ausdrucksart und Weisen, wie stark mit Tupac oder von der Lungenbeziehung, was die Minat ausmacht. Wie ist das? Dafür, du hast dich bei Gnoultz Outer Voice im TIS-Root für 1.22. 2.22 1.22 2.22 4.22 4.22 5.22 2.22 5.22 Untertitelung des ZDF, 2020